Ich will mehr Luft machen! Wah! Wah! Scheiße! Mist! Kacke! Whatever! Keine Ahnung was ich hier schlabere! Schlabere! Genau! So! Keine Abkürzung! Ist klar! Jedenfalls keine legalen! Illegale Tabatshunde nicht! Ovasi! Ovasi! Hier sollte sie sein! Oh nee! Doch! Nein! Oh! Ja! Warte, warte, warte! Du Elend... Mist! Wieso liegst du da bloß nur rum? Mamma mia! Vielleicht ist es einfach nur da oben bleiben müssen! Let's go! Ja, hallo! Weiter geht's! Bla 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 bla! Weiter, weiter, weiter! Oh, blaue Mütze! Meine! Neeeeee! Ich bin zu weit weg gewesen! Ange! Ma-ma mia! Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ah-ha-ha-ha-ha-ha! Tegole! Ego! Wo war's denn? Wo war's denn? Wo war's denn hier? Weiter geht's. Nein 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 nein... Nein nein nein... Die zwei Herden, die ich grade im Kopf habe, nicht lachen! Seid still! No, 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 durch! Also, in die Zeit. Ja! Ja, rede mit mir. Hallo? Rede mit mir. Oh, Mario. War so viel schneller als ich. Super Hammer. Cool. Hier hast du einen Speer. Geh raus, damit du ihn hast. Hä? Hab ich das verpasst? Hab ich das verpasst? Hey Mario, Mario... Oh, nee. Aber nicht schon wieder, oder? Boah, ne jetzt. Hallo, Kredo, bitte die Kamera. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Really, Digga? Really? Warum? 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 Let's go! Drei Leben, Alter! Go! Ja! Erstmal einen Kick in die Luft, anstatt auf den Bauch zu rutschen. Boah, Alter, schick mich nicht! Verschwinde! Nicht die Abkürzung nehmen! Ich hab immer Probleme mit dieser Kurve! Ah, wisst ihr was? Wir lassen den mal. Wir nehmen den mal zur Seite. Und widmen uns jetzt dem, äh, Level, was ich nicht so gerne habe. Wasser Level. Ich erinnere mich gerade an der Folge von Dr. Freud. Wasser Level. Ja! 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 Ich bin ein Gesmascher! Ja! 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 Ja, ja! Ja, komm! Riba! Gutsu, rein da! Geschafft! Hier geht's! Ja. Wasserlevel. Plunder in a sunken ship. Da willst du einen Beitsprung machen und dann packt er es nicht. Mach auf! Schnauze auf! Ja, aber nicht mich hauen! Verschwinde von da, du Mistviech! Ich muss da rein! Wie soll es da verschwinden? Wow! Wow! Oh! Muss ich da einen besonderen Trecker nennen? Womit es rauskommt? Ich geh lieber wieder hoch. Meine Erinnerung lässt mich gerade ein bisschen im Stech. Womit es nicht! Ist er rauskommt? Ja, er ist rauskommt! Es ist rauskommt! So, dich hast du, dich hast du, schneller! Wie ging das wieder? Ah, das hat der falsche! Was ist denn nicht den? Ah, erstmal Luft holen! Luft holen! Ja, 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 ich bin ja schon dabei! Alter! Hier? Alter, was soll denn das? Mario! Spiel nicht mit deinem Leben! Boah! Der hier? Okay! Alle guten Dinge sind drei! Ich muss Luft holen! So, unterdessen check ich mal kurz meine Nachrichten ab! Wo ist mein Handy? Da! Ja! Ja! Nichts besonderes! Was? Also! Ich bin nicht blöd! Was ist der da hinten? Ja! 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 Das Ding hat sich wirklich ernsthaft wieder geschlossen! Ach! Wie schön! Versuchen wir den hier! Das war Nummer zwei! Bitte sei du Nummer drei! Bitte! Oh! Schwimm! 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 Mario! Wir müssen nämlich wissen! Das Schiff ist gerade am steigen! Aus irgendeinem Grund! Und wenn das Wasser ganz unten ist, müsste ich alles hochklettern! Darauf habe ich keinen Bock! Kann der Eel kommen zum Spiel? Okay! Der Aal! Ob der rauskommen kann zum Spielen? Hm! Das ist eine gute Frage! Und er versucht es schon wieder! Und da haben wir das Schiff, das wir vorher gerade hochgeholt haben! Und dann kommt raus zum Spielen! Nicht ihn berühren! Nicht ihn berühren! Nicht ihn berühren Mario! Ich sagte nicht ihn berühren! Jawoll! Ach nie! Und dann statt... Schneller! Schneller! Mario, schneller! Ich dachte, ich bekomme ihn gleich sofort. Das war Knirbel vom Knirbelsten. Treasure of the Ocean Cave Aha, now I know it. Na also, es geht doch. Mal kurz nachfragen, ob ich den Dings jetzt schon aufmachen kann. Ja, die Kanone. Na? Na? Hi, I prepared a cannon for you. Danke! Ready for blast off. Come on, hop into the cannon. Eh, oog mit dir, Mario. Oog mit dir. Mario, oog mit dir. Eh, oog mit dir. Mario, oog mit dir. Mario, oog mit dir. BAM! Und los. Der Aal, du interessierst mich nicht mehr. Ich will nicht mehr mit dir spielen. Dumber Aal. Verschwinde, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ui. Das war knapp. Uah. Den hab ich total vergessen. Oh. Nicht schön. Nicht schön, Alter. Nicht schön. Nicht schön. Wie ging das jetzt schon wieder? Dumber 1. Ich hoffe, das ist die gleiche Reihenfolge wie dort. Dumber 1. Dumber 2. Dumber 3. Dumber 4. Dumber 3. Gib mir den Schatz. Ich will meinen Schatz. Ich will meinen Schatz. Here we go. Halleluja. Du, du, du. Du, 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 du. Siphon kontiniuun. Und so live. Bum. Bam. Bam. Bäm. Bäm. Ach nee. Die roten Münzen. Die roten Münzen. Ich dachte jetzt, jetzt klatze ich voll dagegen. Nie andere Richtung. Hast du noch einen für mich? Jawohl. Und dann war hier unten noch einer sicher, irgendwo. Na komm, mach deine Schnauze auf. Ah, nee, aber... Oh, wie er das nicht kriegen kann. Schnauze aufmachen. So ist rein. Du hattest doch auch noch einen, oder? Gerade vorhin. Schnauze auf. Ja, sehr schön. War hier noch einer? Wie viel habe ich schon? Äh, zwei, vier, fünf. Ach hier, dritt noch einer. Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin mir wirklich nicht mehr. Nein! 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 Ouch! Nein! Nein! Peggy says! Also, ja, bekam ich. YAHOO! 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 WAH! 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 WAH!